Ich glaube, die einzige sinnvolle Ecke für den Shinkansen-Bahnhof ist, dass wir hier ein bisschen ein Plateau rausbauen. Denke ich mal, das Problem ist halt, wie lange macht die Stadt das mit, wenn ich hier planiere. Und wie kriegen wir die Anbindung hin? Wenn ich den Shinkansen hier, hier würde der auch noch hinpassen. Da muss man hier mit einer scharfen Kurve irgendwie reinkommen. Ich plane ihn erstmal für hier. Das werden wir schon irgendwie hinkriegen. So, wie finden die mich nach dieser Planierungsarbeit? Hervorragend immer noch, okay. Achso, andersrum. Hier oben. Das ist alles irgendwie dumm. Achso, wo ich gerade hier sehe, Post. Die haben in den Kommentaren geschrieben, ich hätte irgendwelche Züge mit Post statt Passagieren besetzt oder andersrum. Ich denke erstmal hier hin und wir werden da schon irgendwie rauskommen aus der Sache. jetzt erstmal das Ziel, da überhaupt hinzukommen. Das wird wahrscheinlich auch eine Schleife hier so außenrum hinauslaufen. Oder man macht es als Kopfbahnhof. Ich kann ja nochmal den Kommentar durchlesen, wo das war mit der Post. Das ist toll. Das ist toll, wenn du jetzt auch nach der Post. Hallo? Wo war denn das? Hat man das schon geändert? Hm. Hm. Hä? Habe ich das schon geändert? Moment, Suche. Ach hier, Zug 473 hat Postwagen anstelle von Personenwagen. Äh... Warum ist der Herr Rot? Warum fällt er nicht ins Depot, um sich zu erneuern? 473. Wirklich. Aber er macht viel Geld. Ah ne, ich will das lieber so lassen. Ohne den wir auf Passagiere umrüsten. So, was ist mit dem? Der hat Passagiere. Der hat Passagiere. Der hat auch Posten, machen wir das jetzt mal schneller. Wo ist denn der hin ins Depot? Das ist doch Wahnsinn. Passagiere 474. Der hat Passagiere. Der hat Passagiere. Der auch. Der hat... Der hat... Der hat... Der hat... Aber gut ist das halt so, bringen wir es mir unten weiter. Momentan, der Funklinge, einen kleinen Moment. Ich lasse das Spiel weiterlaufen. Mhm. Bis zum nächsten Mal. 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 Das könnte passen. Das könnte so lau funktionieren. Dann kann man den Abschnitt wieder abreißen. Und hier in neuen aufbauen. Genau. Dann machen wir das so hier einfach und fertig. So, jetzt sind wir hier. Und jetzt kann ich nämlich irgendwie... Jetzt muss ich mich hier hochbauen. Und der Hochbau muss steiler werden als das hier, weil ich muss ja dann hier rüberkommen. Und hier über den Tunnel drüber. Und so kann ich den Bahnhof jetzt schon gebaut, weil ich glaube Takahashi, die werden mich jetzt schon hassen. Ich muss auf diese Höhe kommen. Ich muss auf diese Höhe kommen. Genau. Genau. Hui. Das bringt mir nix. Das bringt mir nix. Und jetzt muss natürlich der Dreieraufstieg eingehalten werden. Was wir ja nicht ganz hinbekommen. Hm. Und noch eins hier kann ich den Tunnel nicht machen. Ach nee, Moment. Das ist doch Schwachsinn. Das geht doch hier einfach drüber. Oh. Ich hab schon...